Acai Pur. Natürliche Antioxidantien. Die neue Nahrungsergänzung zur Regenerierung und Revitalisierung ihres Körpers. Hergestellt aus organischen Acai-Beeren aus dem Amazonas. Ob sie ihr Idealgewicht erreichen, mehr Energie haben wollen oder einfach nur ihr Wohlbefinden verbessern möchten. Acai Pur ist ihre beste Wahl. Eine Portion Acai Pur liefert Energie für den ganzen Tag. Vielen Dank Acai Pur. Wir sind sehr, sehr begeistert. Das war ein unerwartetes Wettbewerb. Wir freuen uns sehr, dass du deinen Unterstützung hast. Wir haben bereits einige wunderbare Ideen darüber, wie wir die wunderbare Donation nutzen. Acai ist eine außergewöhnliche Frucht. Ein Biokomplex aus Vitaminen, Nährstoffen und Vitalstoffen. Sie enthält Eisen, Vitamin A, Kalzium, Ballaststoffe, Kalium, Omega-3, Carotinoide, Anthociane, Protein, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Das Fruchtmark-Pulver einfach in ihren Joghurt, Müsli, Smoothie, eine geeignete Kaltspeise oder Getränk ihrer Wahl einrühren. 18 Kilogramm biologisch zertifizierte Acai-Beeren sind notwendig, um ein Kilo Acai Pur herzustellen. Die Acai-Beere ist in der Welt nicht unbemerkt geblieben. Vogue nennt es den zukünftigen Workout-Drink. Man's Health Journal meint die Frucht mit Power. Die London Times sagt, Acai ist die Frucht einer Amazonas-Palme mit einem Nährstoffgehalt, der andere Früchte blass aussehen lässt. Und das amerikanische Institut für Wissenschaft und Gesundheit nennt Acai die perfekte Nahrung der Natur. Acai Pur ist ausschließlich in Apotheken erhältlich. Acai-Beeren 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 Acai-Beeren